Hallo und herzlich willkommen zu OK54. Wir stehen hier heute an der Universität in Trier, denn hier findet heute zum dritten Mal eine Typisierungsaktion der deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, statt. Studierende, Mitarbeiter, aber auch alle anderen sind eingeladen, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Und wie eine solche Typisierung vonstatten geht, das gucken wir uns jetzt mal an. Die deutsche Knochenmarkspenderdatei kämpft seit 1991 gegen Leukämie und ist wie hier an der Universität Trier laufend auf der Suche nach Menschen, die sich als Stammzellenspender registrieren lassen wollen. Wir treffen zunächst auf Mitarbeiter von DKMS, die vor Ort jedem mit Rat und Tat zur Seite stehen und für einen reibungslosen Ablauf der Typisierungsaktion sorgen. So, wir stehen jetzt hier in dem Raum, in dem die Typisierungsaktion stattfindet. Neben mir steht Frau Giasi von DKMS. Hallo Frau Giasi. Guten Tag. Vielleicht können Sie uns erst mal etwas über die KMS erzählen. Wofür steht sie? Welche Aufgaben und Zielsetzung verfolgt die KMS? Natürlich. Also die DKMS steht natürlich für die deutsche Knochenmarkspenderdatei Köln, beziehungsweise wir sind von dem Team Köln und wir möchten natürlich gerne im Kampf gegen Leukämie potenzielle Spender für unsere Datenbank heute aufnehmen. Das läuft heute so ab, wir benötigen eine Einverständniserklärung, wo die Daten aufgenommen werden und eine Blutprobe von 5 Milliliter, was heute entnommen wird. Und ja, das dauert allerhöchsten zwei bis fünf Minuten und damit ist dann der erste Schritt quasi getan. Wer kommt denn als Spender überhaupt in Frage? Wer darf denn spenden? Im Grunde jeder im Alter zwischen 18 und 55 Jahre. Es müssen natürlich weitere Krankheitsfälle sowie chronische Erkrankungen ausgeschlossen sein. Ja, wenn dies gegeben ist, generell alle. Vom Körpergewicht schränken wir das auch nochmal ein. Ab 50 bis einem BMI-Wert von 40. Für die Durchführung einer solchen Typisierungsaktion ist die DKMS auf viele freiwillige Helfer angewiesen. So kümmern sich zum Beispiel Studenten um die Anmeldung zur Typisierung. Jedoch benötigt man auch Helfer, die sich mit der Blutentnahme auskennen. Eine von ihnen ist Frau Beate Horsch. Ich bin MTA in einem kleinen Krankenhaus in Hermeskeil und kann dadurch die Blutentnahme ganz gut und helfe der DKMS. Ich bin auch selbst typisiert und hatte damals, wir hatten uns aber mit so einem Tupfer, wir wussten von keiner Typisierungsaktion, das wurde uns zugeschickt und dann ist ja auf dem Formular, ob man helfen würde. Und da ich halt die Blutentnahme gut kann, habe ich gesagt, gut, wenn hier im Umkreis von 100 Kilometer von Trier irgendwas ist, würde ich dann helfen. Und das ist jetzt schon das dritte Mal. Was mit der entnommenen Blutprobe später eigentlich passiert, das erklärt uns Frau Giasi. Die Blutproben werden von uns mitgenommen und werden dann direkt nach Dresden verschickt, in unser Labor und werden dann auf die Gewebemerkmale untersucht. Dabei arbeiten wir hochauflösend, das heißt, wir können neun von zehn Gewebemerkmalen feststellen und damit halt den identischen, den genetischen Zwilling feststellen. Die Registrierung jedes neuen potenziellen Stammzellenspenders kostet die DKMS 50 Euro. Der Großteil entfällt dabei auf die Laborkosten. Da aber nicht jeder die finanziellen Mittel besitzt, seine Registrierung selber zu bezahlen, ist die DKMS auf jede noch so geringe Spende dringend angewiesen. Die Typisierung einer Person soll schließlich nicht an deren finanziellen Situation scheitern. Dasselbe gilt auch für Probleme bei der Blutentnahme. Kommt es nach zweifachem Versuch zu Schwierigkeiten bei der Blutentnahme, besteht die Möglichkeit, sich mittels Speichelprobe typisieren zu lassen. Mit dieser Methode kann sich auch jeder von zu Hause aus als Spender in die Datei der DKMS aufnehmen lassen. Zu diesem Zweck wird einem ein Registrierungsset mit Wattestäbchen nach Hause geschickt. Man erhält zwei Wattestäbchen für jeweils einen Wangenabstrich links und rechts. Nach kurzem Trocknen der Stäbchen werden sie sicher verpackt und müssen jetzt nur noch zur Analyse zur DKMS zurückgeschickt werden. Der Grund, dass bei Typisierungsaktionen üblicherweise nicht mit Wattestäbchen gearbeitet wird, ist die hohe Verwechslungsgefahr und es nimmt außerdem mehr Zeit in Anspruch als eine Blutentnahme. Sollte man nun tatsächlich als Stammzellenspender für einen Leukämieerkrankten in Frage kommen, existieren zwei unterschiedliche Methoden der Stammzellenentnahme. Diese beiden Verfahren erklärt uns Frau Christina Würz von DKMS. Wir haben einmal das periphere Stammzellenentnahmeverfahren und einmal das Verfahren aus dem Beckenkamm. Zum periphere Stammzellenverfahren kann ich sagen, dass der Spender an ein dialyseartiges Gerät angeschlossen wird. Er bekommt einmal rechts eine Nadel in den Arm einmal links, dann ist er ungefähr vier Stunden an dem Gerät angeschlossen und die Stammzellen werden natürlich rausgefiltert und nach vier Stunden hat man dann zwei Beute voll mit Stammzellen, die werden schnellstmöglich zu dem Leukämieerkrankten Patienten geschickt. In ca. 80% der Fälle wird die Stammzellenentnahme peripher durchgeführt. Diese Methode erfolgt ambulant und stellt für den Spender keinerlei Risiko dar. Dann haben wir noch das Verfahren aus dem Beckenkamm. Das bedeutet, man hat eine Operation, da besteht nur das Narkoserisiko, sonst gibt es keine weiteren Risiken. Da wird so ein Stück ungefähr rausgestanzt aus dem Beckenkamm, natürlich Knochenmark, da sind die Stammzellen enthalten. Ja, und es gibt beide Verfahren, weil je nach Patient muss man entscheiden, welches Verfahren genommen wird. Weil bei Kindern ist es einfach so, die nehmen viel besser die Stammzellen aus dem Beckenkamm beispielsweise an und deswegen muss man das immer patientenabhängig machen. Das wird dann entschieden, wenn man weiß, wer der Spender ist, wer der Patient ist und ja, also das kommt halt wirklich drauf an. Man kann das nicht generell sagen. Die Typisierungsaktionen der DKMS an der Universität Trier waren bisher sehr erfolgreich. Bei den zwei bisherigen Aktionen haben sich bereits 1800 Studenten und Mitarbeiter in die Spenderdatei aufnehmen lassen. Vier von ihnen kamen sogar schon als Spender in Frage und konnten Erkrankten so die Chance auf ein neues Leben bieten. Einer von ihnen hat uns an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. Neben mir sitzt jetzt Herr Benjamin Zeck. Er kam schon als Stammzellenspender in Frage. Herr Zeck, erzählen Sie uns doch mal, wie das genau abgelaufen ist. Haben Sie da eine Nachricht erhalten oder wie war das? Also die DKMS hat mich da angerufen. Dann wurde als nächstes mal ein Fragebogen ausgefüllt, um ein paar grundsätzliche Dinge abzuklären. Ja, und da ging das dann weiter mit medizinischer Voruntersuchung. Ja. Und wie lief dann die Stammzellenspende genau ab? Also in meinem Fall wurde die Stammzellentnahme durch Blutauswäsche getätigt. Das heißt, im Vorfeld musste ich fünf Tage mir ein Medikament spritzen, damit die Stammzellen aus dem Knochen ausgeschwemmt werden können. Und in der Klinik wurde ich dann ein entsprechendes Blutauswäschgerät angeschlossen, bei dem das Blut aus dem einen Arm herausgelaufen ist, dann durch das Gerät läuft, wo die Stammzellen ausgewaschen werden, mir dann über den anderen Arm wieder zugeführt wird. Und das hat so ungefähr fünf Stunden gedauert in meinem Fall. Mit über zwei Millionen registrierten Spendern ist DKMS die weltweit größte Stammzellspender-Datei. So konnte seit Bestehen der DKMS bereits über 26.000 Patienten die Chance auf ein gesundes Leben geschenkt werden. So liebe Zuschauer, nach diesen ganzen Informationen wird es jetzt für mich ernst. Ich gehe mich selber jetzt als Stammzellenspender registrieren. Zuallererst geht es zur Anmeldung, wo die wichtigsten persönlichen Daten erfasst werden. Es wird überprüft, ob eine Typisierung überhaupt in Frage kommt oder ob vielleicht ein Ausschlusskriterium auf einen zutrifft. Außerdem wird einem die Prozedur erläutert und man bekommt die Möglichkeit, sich über alles zu informieren, sofern man das noch nicht getan hat. Nach der Unterzeichnung einer Einverständniserklärung zur Blutentnahme geht es weiter zur Zwischenkontrolle. Dort werden die Unterlagen und die Nummer auf dem Blutentnahmeröhrchen zur Sicherheit nochmals überprüft. Außerdem hat man nun die Möglichkeit, eine Geldspende abzugeben. Danach kommt auch schon die Blutentnahme. Frau Horsch nimmt zuerst mein Teströhrchen entgegen und bereitet alles für die Blutabnahme vor. Nach einem kleinen Stich ist auch schon alles vorbei. Ich werde mit meiner Blutprobe zur Endkontrolle geschickt. Dort werden die persönlichen Unterlagen eingeheftet und die Blutprobe einsortiert. Der richtige Spenderausweis wird einem zu einem späteren Zeitpunkt zugeschickt. Auch bei dieser Typisierungsaktion haben sich viele Studenten in die Stammzellenspenderdatei aufnehmen lassen. Einige von ihnen verraten uns ihre Gründe dafür. In erster Linie finde ich die Aktion von den Studenten, die das organisieren, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Obwohl natürlich die Chance, genommen zu werden, als potenzieller Spender relativ niedrig ist, finde ich, ist doch sehr wichtig, diese kleine Chance eventuell wahrzunehmen. Und ich halte es auch, weil ich denke mir zwischendurch auch, was ist, wenn du in so eine Situation kommst. Von daher sehe ich es auch als wichtig, meine kleine prozentuale Chance hier wahrzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich derjenige, der jemanden spendet und ich das sicherlich auch, denke ich mal, für die komplette Bevölkerung sehr wichtig finde, es wahrzunehmen. Ja, ich habe heute erst morgens das Schild gesehen und dachte gleich, ach, kann man ja einfach mal vorbeigehen. Mir schadet es nichts und anderen könnte was bringen. Und ja, deshalb sagte ich, mache ich einfach mal mit. Also zum einen müsste die Frage eher heißen, warum man es nett macht. Und zum anderen ist es ein großer Beitrag. Also man kann ja immer jemandem helfen, je nachdem, ob man passt oder nicht. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man jemandem Leben retten kann oder irgendetwas Ähnliches zumindest helfen kann. So, liebe Zuschauer, das war die Typisierungsaktion 2011 der DKMS an der Universität Trier. Wie Sie sehen, ich lebe auch noch. Und wenn Sie sich noch weitere Informationen holen möchten, können Sie das tun unter www.dkms.de. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.